so herzlich willkommen auf dem hive mc.eu wir spielen heute hero brine wie man es vielleicht erkennen kann die ganzen totenköpfe und sowas und es gibt insgesamt zwei klassen einmal hero brine der versucht die ganzen spieler daran zu erinnern den netherstar in diesen enchanter zu tun er versucht hier alle gegner zu töten er hat special items wie zum beispiel bomben fledermausbomben und ich nehme den paladin der bekommt einmal solche enderpaaren die bewirken dass man geschützt ist in dem kreis wenn man zum beispiel angegriffen wird einfach rechtsklick und dann not wisdom weiß ich gerade nicht mehr ja auf jeden fall die map wohl glaube ich für halloween gebaut und der kompass zeigt an wo der netherstar sich befindet ja so den hero beiden sieht man nur an den partikeln ich weiß jetzt nicht wenn er sich zeigt aber wenn er angreift dann sieht man schon ja hier ist da die werden angegriffen ach nee doch nicht der ist nur in feuer gelaufen auch gut ja jeden fall sammelt man die ein und dann wird man langsamer und schwindel effekt und da muss man denn hier in die mitte platzieren wir beschützen den typen mal da der dann so im blauen namen star player girl da ach nee doch nicht mob macht schrom und der setzt das jetzt da rein perfekt wenn man drei stück da reingesetzt hat dann wird hier über ein unsichtbar umso mehr stücke da drin sind umso stärker wird hier wollen tatsächlich ja so da da sieht man das ist zum beispiel eine waffe die fledermausbombe ist echt gefährlich da habt da ist ja habt ihr gesehen da ist ja da ist ja da ist ja da ist ja auf jeden fall hingelaufen da jetzt wird er vergiftet ich habe lieber zu vergiftung ist nicht so toll und da habe ich was da habe ich jetzt dass da eingesetzt er ist sagt ihn glaube ich zu sich auf jeden fall ob man starten schon wieder da hinten ja okay was noch einer derzeit gestorben das mob dienstungs gestorben oder hätte so da verstehe ich jetzt nicht so und jetzt ist der nächste dahinten ok früher war es nicht so dass da hat man immer schön gewartet bis der da drin ist oder ist eine kohle das habe ich gesehen und ich renne mal lieber weg ok er endlich ist mir hinterher ich habe captcha perfekt so und jetzt müssten wir hier wo ein sehen da ist er ja schon und jetzt müssen ihn nur töten perfekt und ich habe ihn habe ich ihn getötet ich glaube ja ja ich habe ihn getötet perfekt ja das ist hier überall auf den server ich hoffe es hat euch gefallen lasst einen schönen daumen da und vielleicht so ein kommentar und dann sehen wir uns dann beim nächsten mini spiel auf Hive mc.eu bis dann ciao